Die Stadtentwässerung Göppingen führt als Dienstleistung für häusliche und gewerbliche Abwasserproduzenten aktiven Umweltschutz durch, indem sie Abwässer des Großraums Göppingen zum Klärwerk ableitet, reinigt und den anfallenden Klärschlamm behandelt und entsorgt. Ein eigenes Labor übernimmt die kontinuierliche Überwachung des Abwassers. 1941 wurde eine einfache Kläranlage neben der Filz gebaut. In den folgenden Jahrzehnten erfolgte ein fortlaufender Ausbau des Klärwerks zu einer mechanisch-biologischen Anlage neuesten Standards. Neben Göppingen sind weitere neun Städte und Gemeinden an der Kläranlage angeschlossen, eine der zehn größten in Baden-Württemberg. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Klärwerk Göppingen – wir tun was für saubere Flüsse.